Große Narben bei kleinen Eingriffen, das war einmal. Wenn es um Gelenke geht, kommt heutzutage zur Diagnose, aber vor allem zur sich sofort darauf anschließenden Therapie, die sogenannte Arthroskopie, die Gelenkspiegelung zum Einsatz. Arthroskopie hat vor allem ihre Bedeutung bei der Behandlung von Gelenkverletzungen im Sport oder im Alltag, aber auch bei Abnutzungserscheinungen, bei Infektionen oder chronischen Gelenkbeschwerden. Am häufigsten setzen wir die Arthroskopie am Schulter- und Kniegelenk ein, aber auch am Hüft- und Sprunggelenk, vor allem bei Korbselverletzungen, bei Bandverletzungen, Meniskusproblemen oder freien Gelenkskörpern. Mithilfe der Gelenkspiegelung ist es möglich, einen Einblick in das Innere des Gelenkes zu erlangen. Direkt am Gelenk kann der Arzt einen möglichen Schaden wesentlich besser beurteilen und dann auch gezielt operativ behandeln. Durch einen kleinen Hautschnitt führt der Operateur das Arthroskop versehen mit einer kleinen Kamera und einer Spül- und Absaugvorrichtung in das Gelenk ein. Nun kann der Arzt den Gelenkinnenraum mit Knorpelflächen, Bändern und anderen wichtigen Strukturen gründlich untersuchen. Während der Gelenkspiegelung können nun krankhafte Befunde operativ behandelt werden. Eine Vielzahl spezieller Instrumente stehen hierbei zur Verfügung. Der Patient steht während der Untersuchung unter Teil- oder Vollnarkose. Bei der Arthroskopie handelt es sich um ein risikoarmes, jedoch nicht risikofreies Operationsverfahren. Komplikationen treten in weniger als zwei Prozent der Fälle auf. Ein großer Vorteil der Arthroskopie ist, dass das Gelenk nicht durch große Schnitte eröffnet werden muss, daher sind typische Komplikationen wie Nachblutungen oder Wundheilungsstörungen deutlich seltener. Im Vergleich zu herkömmlichen Operationen ist die Arthroskopie weniger schmerzhaft. Die Patienten können das Gelenk rascher wieder bewegen und belasten und der Heilungsverlauf ist dadurch deutlich verkürzt. Oftmals sind die Patienten noch am gleichen Tag wieder auf den Beinen. Je nach erfolgtem Eingriff muss sich der Patient entweder noch ein wenig schonen oder einer krankengymnastischen Übergangsbehandlung unterziehen. Aber eines ist gewiss, in kürzester Zeit wird von dem Eingriff so gut wie nichts mehr zu sehen sein.